Hallo zusammen, da ist der Kolosso, heute mal wieder mit einem Video. Es ist jetzt ja schon der 8. Dezember, das heisst, wir kommen immer näher zu auf Weihnachten. Ich freue mich schon auf meine zweiwöchige Pause der RS. Wird sicher sehr gemütlich. Jetzt, da wir ja schon so nahe sind, aber je nachdem, da habe ich gedacht, machen wir doch ein kleines Gewinnspiel. Und so klein ist das Ganze gar nicht, weil das Gewinnen gibt es nämlich, wenn ihr sicher schon den Titel gesehen habt, NPS. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.